Jo, jo, jo! Willkommen bei der familie Shakerji. Sag mal hallo! Jo! Yes! Hallo! Wir sind voll aus. Ich hol euch wieder ab. Es gab eine Explosion. Fahren Sie weiter. Mein Mann hat sein Büro gleich da vorn. Willkommen! Hey, die Busten! Oh Gott! Luri! Lassen Sie sich bei den Todesopfern um Ihren Mann. Hat er Feinde? War er ein Muslim? Bitte? Sie wollen doch auch wissen, wer Ihre Familie getützt hat. Es ist nur eine Türkengegend, wo das Büro von meinem Mann ist. Doch, da war eine Frau, die hat ihr Fahrrad vor seinem Büro abgestellt. Das war eine Deutsche. Ich war so deutsch wie ich bin. Du hast recht gehabt. Es waren Nazis. Die Bullen haben die Täter erwischt. Dich die Fingerabdrücke der beiden Angeklagten. Haben Sie noch weitere Fingerabdrücke gefunden? Also eine weitere tatbeteiligte Person? Ich möchte, dass du morgen zu Hause bleibst. Warum? Das könnte hart für dich werden. Mein Sohn verehrt Adolf Hitler. Was mein Sohn getan hat, ist bosthaft. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Steht dir in der Polizei, sagt er, dass wir was bei dir gefunden. These are my friends. Have you seen them? I don't know these people. Kennen Sie das? Werfe? Was ist das hier für ein Symbol auf dem Banner? Bringst dich doch nur in Schwierigkeiten. Stell dir mal vor, die hätten mich und Rocco erwischt. Nein. Und Nuri hätte überlebt. Nein. Der hätte das ganze Geplänkel nicht mitgemacht. Nein! Die werden ihre Strafe kriegen, das schwöre ich dir.